Mal Party machen, ne? Oh, ja. Okay. Du kommst ja nicht rüber, oder? Nein! Alter! Ah! Oh, nee. Hey, warte mal, wer bist denn jetzt du? Hä? Bist du echt? Du bist nicht echt, halt das Maul! Nein, 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 nein! Lass mich raus! Oh, nein! Was haben wir denn? Oh, 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 hier! Kann ich denn Schlüssel laden? Nicht schon wieder, ich sterb! Ich sterb! Ja, gut. Ja, das war ja nicht so viel. Ja. Sehr gut. Ah! Schnell, schnell, schn-h-h-h-h-h-h-h! Er ist drin! Fahr! Fahr! Ich- Wir fahren schon! Ha-ha-ha-ha-ha! Hier ist alles, Registrierkasse, Klopapier, Löcher im Boden, scheiße! S-T-h-h-h-h-h-h-hi! Ich-h-h-h-h-h-h! Nee, oder? Ich-h-has-hi, deine Taschenlampe! Naschenlampe. Oh nein. Juh. Wir sind halt einfach zu gut, das Spiel will uns. Ich kann dir nicht sagen, was es war, aber es hat keine guten Geräusche gemacht. Jo, Anna, dann guck ich nochmal schnell. Dann guck ich hier. Wir können gehen. Oh je. Mimik. Dann mach das, du rauskommst. Äh. Äh. Bist du draußen oder drinnen? Wo ist die Gefahr? Drinnen. Er hat das Messer gezückt. Er hat das Messer gezückt. Die Sackgasse. Fuck my life. Was soll er machen? Wir sind tot. Ich trinke schnell den Endabschi. Oh je. Oh, da kommt jemand noch. Was? Was? Ja, ich schätze, ich probiere es einfach, oder? Durch zu rennen. Ja, einfach richtig rennen halt. Ich guck mal. Mann. Würdest du nicht? Geh! Hau ab! Warum? Oh, schlepp dich weg. Ich komm heim. Das freut mich. Ui, Jesus, was mache ich, ja? Geht's aber nicht. Äh. Ah! Was? Wie habe ich den Komete überlebt? Oh nein. Schlüssel! Nice. Äh. Hast du was aufgemacht? Hast du gerade gesto- Achtung, der ist ein Geschütz, gell? Ah! Da ist noch eins! Fuck my life. Alles gut? W-warte mal, bist du echt? Ach so, du bist ein echter Spieler. Dann kannst du hierher kommen. Eine Klappe. Jetzt lauf in die Mine und sterb. Und jetzt Glück haben. Aaaaaaah! Fuck, 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 fuck! Aaaaaaah! Nein! Hallo, hallo! Oh, Jesus! Ah. Kurz vorm Tod, aber ich leb noch. Ich nehme alles zurück! Kann das noch schlimmer werden, Alter? Oh, jetzt ist da noch eine scheiß Apfel. Nein, 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 was soll das? Was? Wer hat denn jetzt hier die Zeit gestoppt? Jetzt habe ich da noch eine Stunde Zeit. Oh nein. Fuck you. Du motherfucker. Motherfucker. Ist nicht dein Ernst. Und jetzt bin ich rausgekommen. Hier ist der Weg nach draußen. Da hinten ist das Schiff. Und es fliegt jetzt weg. Ich kann doch zugucken, wie es weggeht. Was für eine verfickte Ficke. Warum hast du das Schiff losgeschickt? Du bist schuld. Okay, dann geh mal. Hoch geht's. Äh, stopp, nein. Ich bin gespannt. Wir haben verloren. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Wir sind so gut. Wir hatten ja noch was. Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur...